Ja, um uns die grüne, bundespolitische Sicht mit Blick auf die Landtagswahl hier darzustellen. Wir haben jetzt, bevor wir dann schließen, noch drei Ankündigungen. Ich fange mal bei dir an, Matthias. Wir sehen uns am 19. in Berlin. Da findet nämlich nicht nur die Grüne Woche statt, sondern eine ganz große Demonstration zum Thema Agrarpolitik. Also für eine bessere Agrarpolitik, Agrarwende, das darf man doch mal wieder sagen. Genau. Und dort sind wir in den letzten beiden Jahren auf die Straße gegangen mit 22.000 oder 23.000 Leuten. Und das sollen in diesem Jahr natürlich noch wesentlich mehr sein. Und es fährt auch in diesem Jahr wieder ein Bus vom Ratsbauhof. Ich habe auch Tickets hier, kann ich gerne verkaufen. Und ansonsten liegen da hinten noch ein paar Broschüren aus, wo man eben dann draußen reden kann, für und gegen, was dort demonstriert wird. Also hauptsächlich eben für eine bäuerliche Landwirtschaft und gegen die industrielle, gegen die Agrarindustrie, die es gehen kann. Ja, danke. Und Gina Stolte, du hast auch noch was anzukommen. Ja, ich war vorhin vielleicht ein bisschen unaufgekommt in meinen Formulierungen. Ich möchte das jetzt erklären und das ist auch die Ankündigung, die ich habe. Am Donnerstag ist es der NPD erlaubt, hier in Hildesheim einen Kontinuum zu machen. Sie sind am Donnerstag auf dem Hintenhochplatz. Sie haben angemeldet, die Zeit von 10 bis 13 Uhr. Sie dürfen eine Stunde demonstrieren. Und da liegt jetzt für mich das Problem. Im August ist es uns gut gelungen, die ganze Zeit mit sehr vielen Leuten da zu sein und als die Nazis da waren, ihnen zu zeigen, was wir von ihnen halten. In diesem Jahr wäre es für mich zu organisieren, oder am Donnerstag ist es für mich zu organisieren, in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr, möglichst immer, so um die 50 Menschen auf dem Hintenhochplatz zu haben, die dann, wenn die Nazis kommen, den Unmut kundtun. Und das ist bei diesem Wetter und in der Kurzfristigkeit und in der Situation, dass wir keine Ferien haben, deutlich schwieriger als im August. Ich habe die Hoffnung, dass doch sehr, sehr viele Hildesheimerinnen und Hildesheimer zu diesem Hintenhochplatz kommen und wir es hinbekommen, wirklich dann, wenn die Nazis da sind, auch eine entsprechend ansehnliche Anzahl von Teilnehmern dort haben. Und meine herzliche Bitte ist, wenn sie auch nicht teilnehmen können, aus welchen Gründen auch immer, doch dafür zu werben und zu gucken, Leute anzusprechen, dass wir die Zeit abgedeckt bekommen. Kleine Aufmunterung. Wir hatten es kaum gehört, die Kundin ging auf unsere Seite, war viel lauter und viel besser zu. Das wünsche ich euch auch. Danke. Ich glaube, dass wir uns die Zeit haben. Und nochmal aufstehen.